Die Lasereffekt-Serie von Eurolight. Hier sind mehrere Effekte in einem Gerät verbaut, wie hier zum Beispiel bei unserer KLS. Dort haben wir einmal das Grundlicht. An der Seite haben wir zwei Strahleneffekte mit den kleinen Derbys. Hier angebracht sind noch weiße LEDs für Blinder oder für Strobe. Und oben, charakteristisch immer für die Serie, ein Lasereffekt. Das Besondere hierbei, Laserklasse 2M. Das heißt, man braucht keinen Laserschutzbeauftragten, man braucht keine Abnahme. Plug and Play, man kann loslegen und ist immer auf der sicheren Seite.